In den letzten Jahren haben wir im Koblenzer Stadtrat viele Themen bewegen können. Zum Beispiel eine stärkere Begrünung des Friedrich-Ebertrinks oder auch den ersten kommunalen Aktionsplan für Vielfalt. Das sind alles Themen, die wir im letzten Kommunalwahlprogramm so auch mit diskutiert haben. Ein buntes Programm, bei dem damals schon viele zusammen geschrieben haben, mit dem wir mit vielen Leuten diskutiert haben. Und genau das steht jetzt wieder vor der Tür. Komm vorbei und schreib mit uns, diskutier mit uns, bring deine Themen mit ein, damit wir wieder ein so buntes und vielfältiges Programm für die Kommunalwahl 2019 haben.